Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 21. November 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 507 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Sonnenbrand, Tumblr, Lara Croft, Deezer, Wear OS, Aktivitäten, Dashboard und Fake Follower. Ich beginne gleich mit dem Sonnenbrand. Genau einen solchen möchte in Zukunft Apple vermeiden, indem sie neue Sensoren in die Apple Watch verbauen. Apple ist ja da immer wieder erpicht, neue Sensoren zu verbauen, haben sie jetzt gerade auf die 3er Version und später in diesem Jahr dann auf die 4er Version doch deutlich die Dinge optimiert und ausgebaut. Und jetzt ist ein neuer Patentantrag aufgetaucht, der eben genau das tut. Die UV-Sensor, also die UV-Strahlen in der Luft aufnehmen und euch dann daran erinnern, dass ihr Sonnencreme auftragen müsst und oder am besten die Sonne verlassen sollt, nach drinnen gehen sollt oder ein bisschen mehr in den Schatten. Generell keine doofe Idee. Bei uns geht es noch ein Weilchen, bis wir uns darüber wieder Gedanken machen müssen. Sommer ist ja noch ein bisschen weit entfernt. Aber ja, die neuen Features, die kommen ja dann auch erst mit neuen Modellen oder auch übernächsten Modellen. Oder Apple hat sich einfach wieder mal ein Patent gesichert. Das kann ja auch sein. Der Dienst Tumblr, der Tumblr, der ist immer wieder mal ein bisschen umstritten, früher gerne genutzt zum Bilder-Online-Stellen, dann ziemlich schnell auch Bilder-Online gekommen, die nicht ganz so durch amerikanische Gepflogenheiten durchgehen. Ich habe mich schon mehrfach gewundert, weshalb das die App dazu zum Dienst immer noch im App Store ist. Dem ist jetzt nicht mehr so. Apple hat ihn rausgeschmissen. Man hat nämlich bei Routinenkontrolle nicht nur irgendwelche Pornobilder oder ähnliches entdeckt, sondern sogar Kinderpornos und das geht halt einfach gar nicht. Recht so Apple, würde ich doch behaupten. Lara Croft, möchtet ihr euch noch erinnern? Das war mal noch Spielchen. Im September ist eine neue Version rausgekommen, auf der Windows-Plattform für Playstation 4, aber auch für die Xbox. Also jetzt ist die Info durchgesickert, dass im nächsten Jahr, Datum leider noch unbekannt, auch eine Version für Mac und Linux kommen will. Also wer da sich nicht andersweitig austoben möchte, kann abwarten und sich bald schon auf ein neues Spiel freuen. Ich finde es ziemlich heiß. Eine der Apps, die wieder zurückkommt auf die Apple Watch. Es gab ja mal so eine Zeit, wo die eine oder andere App sich verabschiedet hat. Macht ja auch Sinn, weil nicht alles auf der Watch Sinn macht. Jetzt mit den neuen Möglichkeiten, APIs, die Apple freigegeben hat mit dem neuen 5er OS, genau, hat man auch oder ist auch Spotify vor kurzem zurückgekommen und eben jetzt auch Deezer. Aber auch die sind noch im eher Beta-Stadium unterwegs. Wer das mal ausprobieren kann, wenn er den Dienst nutzt und das Ganze abonniert hat, sollte sich es anschauen. Auf kurz oder lang wird das sicherlich eine praktische und coole App zum Bedienen für die Musik geniessen über den Streaming-Funktion von Deezer. Wir bleiben auf der Smartwatch, gehen aber in ein anderes Lager über. Wear OS von Google erhält neue Funktionen. Das sogenannte H-Update bringt eben genau für solche Smartwatches neue Möglichkeiten. Der Batteriebar-Modus wurde überarbeitet, heisst die Uhr geht schneller in den Stand-by-Modus oder in den Tiefschlaf sogar. Und Apps, die genau da wieder weitermachen, wo sie aufgehört haben, sowie eine zweistufige Abschaltung, all das sind Funktionen, die mit reingekommen sind. Wer sich dafür interessiert, tv.geektalk.ch, schaut da mal rein, da gibt es einen kleinen Teaser zu einer Sendung, die der Achim und ich bald veröffentlichen werden, mit zwei Wear OS-Uhren. Ihr dürft gespannt das verfolgen, wer mag. Bei Facebook hat man jetzt nach Instagram eine Funktion freigeschaltet, die Aktivitäten-Dashport heisst. Etwas, was Apple an der WWDC gezeigt hat und eben zwei Monate später hat dann Facebook gemeint, sie müssen das auch selber machen. Ihr könnt jetzt sehen, wie lange Zeit ihr auf Facebook verbrungen habt. Gleich eben auch bei Instagram könnt ihr euch täglich Erinnerungen schalten, dass ihr eben nach einer gewissen Anzahl Minute wieder rausgeht und nicht zu lange darin verweilt. Doch die Frage ist, weshalb braucht es das, denn es gibt es ja vom Betriebssystem aus. Zumindest bei iOS in der neuesten Version kann man das mit Bildschirmzeiten sehr gut einziehen und auch regeln, wie ich finde. Eine gute Neuigkeit gibt es im Instagram-Universum. Da hat jetzt Instagram, Facebook genauer gesagt, verkünden lassen, dass man Konsequenzen zieht beim Thema Fake-Follower, Fake-Aktivitäten wie Fake-Kommentare oder Fake-Likes etc., die durch Bots passieren. Oder eben ganz spezielle, genau, die Siri will auch noch kurz mitreden, genau, es geht darum, eben den ganzen Riegel vorzuschieben, die Community zu stärken und somit auch Leute, die eben beschummeln auf dieser Plattform, einen Riegel vorzuschieben. Und ich wäre ja wirklich froh, wenn Facebook da wirklich konsequent durchgreifen wird und nicht wie die letzten Mal, wo man einfach ein bisschen was wischiwaschi gemacht hat. Und dann würde der Markt deutlich anders aussehen und wieder viel mehr Spass machen und nicht so eine böse Abzocke werden, wie es gewisse Leute betreiben. Aber ja, das sind persönliche Erfahrungen und das lassen wir jetzt besser mal. Ich würde sagen, euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Freitag, Freitag, Mittwoch, besser gesagt. Ich darf heute nach Baden gehen, eine tolle Konferenz, ich bin schon sehr gespannt darauf. Vielleicht gibt es morgen was dazu zu hören. Ansonsten habe ich auch sicherlich wieder das eine oder andere Thema, was ich zusammenkratzen kann und euch dann erzählen, sofern ihr natürlich mögt. In diesem Sinne, einen schönen Tag, wir hören uns, euer Pogipsi, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.